Ich war mir sicher, dass nach Köln keine Blitzer sind. Gut, willkommen bei Venom-Blox. Yeah, yeah, it's got... Du weißt ja gerade, was passiert ist, gell? Du wurdest geblitzt, mehr weiß ich auch noch nicht. Ja, in der Baustelle, da war 80. Ja, Baustelle heißt, ja. Guck, ich hab... Wollen wir jetzt bitte nicht, du bist irgendwie mit 150 durch die Baustelle. 100... na 80er, perfekt. Sind's? Nee. Mach mal einen Sitz. Nein. Eben hast du doch an meinem Schwanz geleckt und jetzt hast du nicht mehr auf Sitz. Das stimmt halt. Naja, nicht, also... Also an deiner Hose. Kannst du eine Rolle machen? Was, Bruder? Mach mal so ein Buh. Sitz. Genau. Kannst du mir so beide Foten gehen? Was ist denn so beide? Machst du das? Komm mal, ich hab's ein bisschen. Oh, ja, Baby, leck mich. Was geht? Sorry. Warte, haben wir ausgemacht? Ach, 18. Wie viel Uhr haben wir es? 20, vor 9. Ich hoffe, wir werden nicht rausgeschmissen dafür. Ich kack doch ab, Digga. So gut, jetzt können wir essen. Ich kack das hier aus. Das ist die zweite Mahlstur, Digga. Hi. Bist du da mal gut. Hier, komm noch rein. Oh, aber... Ich wollte gerade fast nach oben singen, Digga. Ich wollte die nicht mal aufmachen. Mir hat sich das mitgebracht. Wenn ich jetzt die 5 finde. Oha, Ehre. Ehre. Coaster, ja. Also einer ist man möglicherweise für dich. Ja, das spür. Wie findet jemand fit? Oh, nee, sorry, falsch. Wie findet jemand fit? Turbo, witziger Gag, ich weiß. Du siehst, ich verköttere den Menschen, der Geschmack total erwunden hat. Nee, das ist so genuschelt. Ich hab nichts verstanden. Wir müssen die safe aus der Praktikeraus fahren. Das ist viel zu eng. Alter, schön durchs Glätter raus. Wollen wir schon Opel haben jetzt? Ja. Wir fahren mal kurz raus, oder? Sorry. Sorry. Ich kann mit Frauen leider nicht sprechen, das geht nicht. Ich schwöre, ich kann das nicht. Es ist wirklich, aber auch immer dasselbe. Ich meine, gut, jetzt mal ein Piep, Piep, Piep. Und ich bin derjenige, der in diesem Vlog wahrscheinlich seinen Führerschein verliert. Ich kann das nicht, ne? Fahr doch raus. Die macht noch das Cabrio auf. Ich kann nicht mehr. Ich bin süßig am Ende. Ja, die haben alle scheiße geparkt. Wollen wir, willst du weiter? Ja, danke. Hallo. Ja, Leben halt, ne? Läuft nicht. Moderne Uni und so weiter. Scheiß Student. Worum geht's? Ich hab überhaupt nichts, ich hab gar nichts gegrabt gerade. Oh, mein kleinen Penis. Wo hast du meine Cam? Ey, Jungs. Ich hab meine Cam gefunden. Also das Ding ist, wir sind jetzt hier, aber wir sind noch nicht fertig, so. Und das ist das Ding. Wie findest du mein neues Objektiv? Boah, sieht gut aus. Größer als das andere, oder? Das ist so ne Lüge. Sieht wie so scheiße aus, ehrlich. Ja, damit sind eben Dinge passiert.